Was geht ab? Ich bin Denise und herzlich willkommen zu einem Special Pack Opening. Ich werde nämlich für ein paar Tage Packs ziehen, natürlich für das Barclays Premier League Team of the Season. Und ich werde euch die Highlights zusammenschneiden und ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Oh mein Gott, Junge. Was für Werte. Was? Oh mein Gott. Ja, Mann. Oh mein Gott, es ist Haza, Haza. Oh mein Gott, nein. Was? Ja, Mann, Junge. Haza. Digga. Ja, Mann. Boom. Oh mein Gott, wie viel ist der Wert? Komm. 1,1 Millionen. Und den gibt es nicht auf den Markt. Klop, 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 klop. Ja. Geil. Oh mein Gott, Kagawa in Form. Nice, Junge. Was ist der Wert? 200 bis 300k. Ist in Ordnung. Bestimmt geht der nicht weg, ne? Ja, egal. Kagawa in Form. Nice. Oh, WorldCard in Form. Jawohl, Junge. Stark, richtig stark. Und nur einer ist auf dem Markt und der geht Instanz für 155.000 Münzen weg. Nice. Oh, El Charari in Form. Als Duplikat. Nice. Richtig nice. Oh mein Gott. Was? Ist das der Hero? Ist das ein Hero? Ich glaube schon. Pain Team Demon. Holy shit. Nice Werte. Ja, okay. Ist nicht so viel Wert, aber trotzdem. Ja, okay. Verkauf dich nicht. Oh, ich dachte Ronaldo. Oh, nein. Egal, nice. Oh mein Gott. Naja, es geht. Oh, ich dachte gerade. Oh, ich dachte gerade, das wäre irgendwann gut. Joe's Funter. Wird ausgesprochen. Aber naja. Es geht. Ist in Ordnung. Oh mein Gott, Terry. Nein. Wie geil. John, Terry, Team of the Season. Oh mein Gott, wie geil. Jawohl. Oh. Shit, Alter. Ist der geil. Nice. 100 Carsets. Leute, es gibt 6100 Carsets einfach. Ich ziehe einfach durch. Komm, 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 komm. Wer war da drin? Mertusaka. Jeko. Kommen wir noch. Komm, komm. Keiner. 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 Diskan. Komm, weiter, 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 weiter. 5900 noch übrig. Komm. Skip, 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 skip. Oh. Harry Kane. Harry Crane. Ähm. Team of the Season. Nice. Komm. Noch irgendwer drinne. Komm, 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 komm. Oh, Van Persie. Und, ähm, El-Sharari. Nice. Sonst niemand. Komm, weiter, 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 weiter. Wie viel sind noch übrig? 5600. Nice. Wir können noch ein paar ziehen. Das ist doch gut. Skip. Und da ist der nächste Team aus der Season. Nice. Ist hier noch irgendwer? Verbückt sich noch irgendwer? Ich hoffe, ich übersehe auch keinen. Das wäre wirklich schade. Komm, schneller, skip. Und da ist keiner. Ist noch hinten bitte einer drinne. Komm. Jawohl. War cut in form. Die Transferliste sonst nix. Komm, nächstes. Durchlaufen lassen. Und wir haben... Hazard! Duplikate! Ich glaub's nicht. Hazard! Duplikate! Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tevis noch. Hazard-Duplikate! Nein! Oh mein Gott. Ey, gleich ein Selfen machen wir da. Oh mein Gott. Was? Holy shit. Komm, weiter. War da hinten noch irgendwer? Ich glaube, Tevis. Aber egal, Tevis brauchen wir nicht. Oh mein Gott. Hazard-Duplikate. Nice, Junge. 4000 haben wir noch übrig. So, was haben wir in den nächsten 100k-Set kommen? Kriegen wir noch ein Team, muss das hießen? Und... Bail! Ja, Mann! Nice! Bail auch noch. Ey, das geht ja immer höher. Also die Speckleck immer höher, Leute. Ich hab unbedingt Bock, mehr zu ziehen. Komm. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich kann da nicht mehr reden. Ich verspreche mich nur noch. Ich hab 3.000 noch übrig. Easy. So, wen haben wir da drin? Lass mal durchlaufen. Und es ist... Matic. Jawohl, Junge. Ich zieh Matic-Duplikate. Nice. Aber dann noch irgendwie den... Lord Wendner. Und... Ah, hier ist der Matic. Geil. Ich hab mich grad bloß ein bisschen gewundert, weil der war ja auch bei Most Consistence. 100k-Set. 2.000 haben wir noch übrig. Oh, geil. Das lassen wir auch ganz gediegen durchlaufen. Und wir haben... den nächsten Team-Osses Season und Vidal. Auch leider Duplikat. Aber vielleicht noch... irgendwas hinten. Vielleicht 2 Team-Osses Season in 1-Pack. Und... Aber auch cool. Team-Osses Season, das freut mich immer. Ja, 1.000. 1.000 noch übrig. Easy. So, haben wir jetzt vielleicht... einen Sanchez, einen Costa. Aguero, bitte. Und da haben wir Aguero. Jawohl, Junge. Ich sag's auch noch. Ja, Mann. Aguero. Team of the Season. Nächste Foto, Leute. Nächste Foto. Jawohl, Junge. Aguero. Team of the Season. Und ich sag's auch noch. Ist hier hinten noch irgendwer drinne? 2 Team of the Season. Das 1-Pack vielleicht. Komm, noch irgendwer drinne. Und... Jawohl, Harry Kane auch noch. Was ist das, Leute? Was ist das? 2 Team-Osses Season und 2 gute Team-Osses Seasons in einem 100-Pack. Leute, so muss es weitergehen. So, 250 noch übrig. Jetzt mal so ein Costa, so ein Sanchez. Das wäre noch ein richtiges Highlight. Das wäre echt noch ein richtiges Highlight. Und wir haben... Oh, Adrian. Leider nur. Eigentlich könnte man den ausdiskaden, aber nee. Ich hole ihn mir mal lieber. Wo ist der schnell? Ich will noch einen 100-K-Sit ziehen. Hm, da haben wir ihn. Oh, Austin auch noch im Pack. 2 Team-Osses Seasons wieder in einem Pack. Nice. Richtig nice. Können wir noch welche ziehen? 19 sind noch da. Nee, nee, nee. Ja, okay, Leute. Das war's von meinem Team-Osses Season-Pack-Opening. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.